Werdet ihr nicht müde? Ja, liebe Geschwister, wir fangen wieder an mittwochs. Es ist schön, dass so viele heute da sind. Und lasst uns doch gemeinsam im Wort Gottes bleiben. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und es ist gut, wenn wir zusammenkommen unter seinem Wort. Das ist das, was wir mittwochs hier machen. Und wir feiern auch das Abendmahl. Denn das Wort ist Fleisch geworden zum Anfassen, zum Schmecken und Sehen, wie freundlich der Herr ist in Jesus Christus. Und es gehört beides zusammen. Und das Wort, das Fleisch geworden ist, ist das Wort, was ausgesprochen wird und was Heil und Heilung und Rettung bewirkt. Das, was Gott gemacht hat, am Anfang war, er sprach und es wurde. Sein Wort schafft Leben. Sein Wort lässt das, was nicht ist, werden. Und so wird uns auch gesagt, dass er uns geschaffen hat, unser neues Leben geschaffen hat, durch den Samen des Wortes. Ihr seid neu geboren durch diesen Samen, der in euch gepflanzt wurde. Das ist der Same des Wortes. Das Wort, was Fleisch geworden ist, ist wie der Wort geworden. So verkünden wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch das Abendmahl ist in dem Sinne auch eine Verkündigung. ist Predigt ohne Worte. Aber dem soll auch eine Predigt vorausgehen mit Worten, wo wir uns neu öffnen für das Wesen Gottes, für den Charakter Gottes, wo wir Gott mehr kennenlernen, wo wir näher rangehen. Ja, es ist ein Stück Liebe, die wir Gott geben, wenn wir uns Zeit nehmen, sein Wort zu hören, sein Wort zu studieren, über sein Wort nachzudenken. Was sagt Jesus? Es ist das höchste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Aber was wäre das für eine Liebe, wenn wir uns nicht Zeit für ihn nehmen? Wenn wir uns nicht Zeit nehmen, auf das zu hören, was er gesagt hat? Wenn wir unser kleines Hirnchen, was wir haben, nicht mit seinen Gedanken beschäftigen? Das ist ein Stück Liebe, was wir tun, wenn wir hier zusammenkommen unter seinem Wort. Einige von euch, ich weiß nicht, die würden wahrscheinlich, die denken so, ah, ich könnte jetzt auch gut auf dem Sofa. Und dann die Glotze, drödel, 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 drödel und dann, verlockend. Aber ihr habt euch entschieden zu kommen und das ist gut. Also schlagen wir auf zusammen, dritte Mose, Kapitel 6. Wir haben uns vor der Sommerpause über mehrere Wochen mit den Opfern befasst, mit den verschiedenen Opfern im dritten Mosebuch. Nur ganz kurz, es fängt an mit dem Brandopfer, Kapitel 1, Kapitel 2, das Speisopfer, Kapitel 3, das Heilsopfer oder Friedensopfer, das Kapitel 4, das Sündopfer und das Sündopfer und dann kommt in Kapitel 5 auch so eine neue Dimension rein, das Schuldopfer, wo es auch um Erstattung geht und das ist ganz interessant eben, diese Reihenfolge zu sehen und zu beachten und es hat spricht, eigentlich spricht hier prophetisch Gott zu seinem Volk und bringt ihnen das Evangelium schon mal nahe. Da ist das Ganzopfer, was am Anfang steht, das Opfer, was ganz gegeben wird, dieses männliche Tier ohne Fehler, was dargebracht wird, ganz. Es wird von den Priestern nicht gegessen, sondern es wird ganz verbrannt auf dem Altar. Das deutet hin auf das ganze Opfer, was Christus für uns gebracht hat, was am Anfang steht, was die Grundlage von allem ist, von allen weiteren Opfern auch. Wenn wir Gott etwas bringen wollen, dann können wir nicht ihm etwas bringen. Er will alles. Und Christus hat alles gegeben, sein ganzes Leben, von Anfang bis Ende gehört sein ganzes Leben Gott dem Vater, ist Gott dem Vater geweiht, ohne Sünde, ganz Gott geweiht, ganz Gott hingegeben, ganz der Liebe geweiht, Gottes Liebe, ganz in der Hingabe an seinen Nächsten, ganz darin, dass er dieses heilige, gerechte, sündlose Leben freiwillig in den Tod, der Tod ist ja der Lohn der Sünde, der Tod ist etwas, was hineinkommt in das Leben des Menschen als Ausdruck dessen, dass er Sünder ist. Aber Christus war ohne Sünde. Er hätte nicht sterben müssen. Er hätte für immer weiterleben können. Er hätte das gute Recht gehabt. Deswegen war das Gebet, was er im Garten, das ist mir neulich so im Nachdenken darüber, nochmal so klar geworden. Sein Gebet im Garten geht, seh man eh, als er gebetet hat, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass doch diesen Kelch an mir vorüber gehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da war sein Wille nicht Sünde. Sein Wille zum Leben war nicht Sünde, denn er hatte den Tod nicht verdient. Es war gut, es war etwas Richtiges, etwas Gutes, was er begehrt hat, das Leben. Aber er hat im Gebet, weil er, und das ist eine wunderbare Stelle, was uns offenbart, wie Jesus, der Sohn Gottes, mit dem Vater interagiert hat, er hat im Gebet immer wieder seinen Willen auf die Spur des Willens des Vaters eingestellt. Und es gibt, wie gesagt, auch in unserem Leben, es gibt eine Menge gute Dinge, die du tun kannst und eine Menge böse Sachen, die du lassen kannst. Aber es gibt, wie gesagt, eine Menge guter Dinge, die du tun kannst, aber du kannst meistens nicht alles Gute machen, was dir möglich ist. Und es gibt Menschen, Jesus sagt es im Endgericht, werden Menschen kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht unser Leben lang Gutes getan? In deinem Namen. Und er zählt sogar richtig krasse Sachen auf, er sagt, in deinem Namen Geweiß sagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Super Sachen. Ja Mensch, da wurden Menschen befreit von bösen Geistern im Namen Jesu. Ist das denn nicht gut? Muss der Herr dann nicht sagen, ja, gut gemacht, mein treuer Knecht. Und er sagt, geh von mir, du Übeltäter. Ich kenne dich nicht. Ist doch krass, die Stelle, oder? Puh. Also es gibt eine Menge guter Dinge, die du tun kannst und kannst trotzdem am Willen Gottes vorbeileben. ist doch krass, oder? Und da sehen wir Jesus, wie er darum ringt. Ich will Gott ganz gehören. Ich will mich nicht begnügen, damit ein gutes, gerechtes Leben zu führen. Ich will den Willen meines Vaters tun. Und er hat gesagt, an einer Stelle hat er gesagt, das ist meine Speise, das ist mein Brot, davon werde ich stark, das kräftigt mich, den Willen meines Vaters zu tun. Und so dieses Gebet, Vater, da ist etwas in mir, das sagt, das ist so gut und richtig zu leben. Geht es nicht irgendwie anders, die Erlösung der Menschheit? Aber er bleibt dabei ja nicht stehen in diesem Gebet. Er sagt, Vater, mir ist es, das Wichtigste für mich ist, dein Wille geschehen, nicht mein Wille. und so betet er mehrmals, es wird ja gesagt, er betet dreimal. In Matthäus wird uns gesagt, im zweiten Gebet sagt er, Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorüber geht, dann geschehe dein Wille. Das ist eine Progression. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Da verändert sich was im Laufe dieses Gebetes. Und zwar dieses zweite Gebet, was Matthäus schildert, zeigt an, dass Jesus klar geworden ist im Gebet, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Das ist der Wille des Vaters. Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur den einen Plan. Und dieser zweite Gebet drückt aus, ja, Vater, wenn es so ist, dann mache ich es so. Ich mache es so, wie du willst. Und dann ein drittes Mal. Und es war ein Riesenkampf für ihn. Wie gesagt, diese Entscheidung zwischen dem Guten und dem Guten. Dem Guten, was nicht Gottes Wille ist. Und dem Guten, was Gottes Wille ist. Und das Gute loszulassen, um das Gute zu tun, was dem Willen Gottes entspricht, was die Welt so auf den Kopf stellt. Wie kann der Gerechte zum Missetäter werden? Wie kann der Gerechte zum Übeltäter werden? Bespuckt, verspottet, verhöhnt, der Finsternis preisgegeben, aller Finsternis, alle Macht des Bösen, die auf ihn kommt, alle Last der Sünde, die auf ihn kommt. Wie kann das sein? Ja, wir wissen, das ist das Gute, aber im Gegensatz dazu, zu dieser Reinheit, der sündlose Sohn Gottes, ja, er soll Leben haben, das kann doch nur Gottes Wille sein, es kann doch nicht Gottes Wille sein, dass dieser reine sündlose Sohn Gottes am Kreuz wie ein Schwerverbrecher hingerichtet wird, das kann es doch nicht sein, doch, das ist es, es ist der Wille Gottes und das Brandopfer zeigt uns das, diese ganze Hingabe, selbst dazu war er bereit, das gerechte, sündlose Leben, die vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater aufzugeben, für uns zur Sünde zu werden, die gerichtet wird am Kreuz, sich dem Gericht Gottes auszuliefern, dem Gericht Gottes über unsere Sünde, über die Sünde der ganzen Menschheit, er war bereit, das ganze Opfer darzubringen, sich ganz dem Feuer des Gerichtes auszuliefern, sich ganz verbrennen zu lassen, das ist das Brandopfer, steht am Anfang, und wir haben das gesehen, das spricht, wie gesagt, von dem ganz Opfer, was wir sozusagen in Christus, im Glauben annehmen, für uns, dieses männliche Tier ohne Fehler, es ist zur Sühnung meiner Sünde, der ich das darbringe, ich bin derjenige, der es schlachtet, der es ermordet, und durch sein Blut bin ich gereinigt, durch sein Blut kann ich teilhaben am Heiligtum, darf ich in der Gegend, in die Gegenwart Gottes kommen, zur Sühnung ist das Brandopfer, das ganz Opfer, aber es spricht auch über das, was Paulus sagt, die richtige, die logische Konsequenz von der Barmherzigkeit Gottes, wie sie sich in Jesus Christus uns zeigt, ist die, dass wir selbst zum ganz Opfer werden, zum lebendigen ganz Opfer und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gib Gott, was Gottes ist und was gebührt Gott, mein ganzes Leben, nicht nur Groschen, den ich in den Pott schmeiße, irgendwie meine Zahlungen, die ich so monatlich überweise, nicht nur, was weiß ich, dass ich ein paar Stunden Zeit meines Lebens damit verbringe, vielleicht meinen Gottesdienst zu gehen oder so, mein ganzes Leben, von morgens bis abends, von abends bis morgens, das gebührt ihm und darin werden wir auch heute noch, obwohl wir gläubig geworden sind und obwohl wir ihm gehören und für ihn leben, werden wir da immer noch schuldig dran, oder? An ihm, weil ihm gebührt unser ganzes Leben und da haben wir schon, das können wir schon nicht mehr erbringen, die ganze Zeit bis zu unserer Bekehrung ist schon verbrauchtes Leben, können wir nicht wieder gut machen, dafür ist ja Jesus gekommen, weil wir es nicht wieder gut machen können, wir können nicht mit unseren guten Taten, die bösen Taten unseres alten Lebens ausgleichen, das können wir nicht, unser ganzes Leben gebührt ihm und wir haben einen Teil unseres Lebens ganz ohne ihn verbracht, ganz uns selbst gelebt, aber zumindest das, was wir noch haben, soll ihm ganz gehören, das will ich ihm weihen, so wie Christus sein Leben ganz dem Vater geweiht hat, will ich, dass Christus in mir lebt und durch mich sein Leben lebt, das ist das Brandopfer und daraus kommen dann die anderen Opfer, die freiwilligen Opfer, die Speisopfer, die Friedens- oder Heilsopfer, auch dann die Sündopfer, haben wir gesehen, das ist das, was Johannes sagt, wir, Jesus ist die Sündung für alle unsere Sünden, wir uns ist vergeben, wir sind Kinder Gottes, egal, in was wir noch für Sünden hineinrutschen werden in der Zukunft, glaub mal nicht, nicht, dass du ab heute ein sündloses Leben führen wirst, bis zum Ende deiner Tage, es wird immer wieder passieren, dass wir hinfallen, dass wir ausrutschen, dass wir, wie gesagt, nicht in dieser Hingabe leben, wie es Gott eigentlich gebührt, es wird immer wieder passieren, aber Johannes sagt, wenn du sündigst, dann hast du einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten, Bekenne deine Sünde und du wirst gereinigt, das Blut Jesu reinigt dich von jeder Sünde, das ist dieses Sündopfer, einzelne Sünden, die man begeht, wo man dann einen Sündopfer bringt und das müssen wir Gott sei Dank nicht mehr machen, weil Christus das ein für allemal getan hat, aber wir haben beides, wir haben einmal das ganze Opfer, das von unserem Stand spricht, Du bist ein Kind Gottes, durch das, was Christus für dich getan hat, du bist geheiligt, du bist gereinigt, du bist erneuert durch Christus, das bist du und das bleibst du in Ewigkeit, das ist dein Stand, so sieht dich Gott, du bist heilig, ein heiliges Kind Gottes, jetzt schon, durch das, was Christus für dich getan hat, durch nichts, was du getan hast, sondern durch das, was Christus für dich getan hat, das bist du und gleichzeitig sind wir es eben noch nicht, wir sind immer noch in diesem alten Körper, wir leben in diesem Leben, was wir angefangen haben, im Fleisch und dieser Körper wird es auch nicht machen in die Ewigkeit rein, so wie er ist und so leben wir dieses Leben weiter in dieser Welt, in diesem alten Körper, mit derselben Seele, mit all dem, was diese Seele geprägt hat und ja, unser Geist ist lebendig gemacht worden und wir haben den Heiligen Geist empfangen, wir haben Gott in uns, der regiert, der König, ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der unser Leben jetzt bestimmt und unsere Seele, unseren Körper unter diese Herrschaft auch zu halten, das ist das, was wir, woran wir die ganze Zeit arbeiten, was die Heiligung bedeutet und er wirkt es durch sein Geist, er stärkt unsere Seele darin, ihm zu folgen, ihm gehorsam zu sein, er stärkt uns darin, er bewirkt das in uns, aber es ist auch unser Wille, dass wir sagen, ja, ja, Geist Gottes, tu dieses Werk der Erneuerung in mir und dazu gehört aber auch dieses immer wieder umkehren, dazu gehört, wenn ich gefallen bin, meine Sünde zu bekennen, sonst werde ich keine Fortschritte in der Heiligung machen, wenn ich darin nicht aktiv bin, wenn ich das nicht praktiziere, was Gottes Wort mich hier lehrt und zeigt, wozu Gottes Geist mich treibt, wenn ich das nicht mache, dann werde ich keine Fortschritte in der Heiligung machen, sondern eher Rückschritte. Deswegen, die sind alle wichtig hier, diese Opfer, haben alle ihre Bedeutung, auch diese freiwilligen Lob- und Dankopfer, Opfert Gott Lob, Opfert Gott Dank, das sind Opfer, an denen Gott wohlgefallen hat. Insofern, man kann so viel über diese Opfer sagen und da für uns aus neutestamentlicher Sicht so viel draus ziehen und das haben wir getan, ich will da jetzt auch nicht stecken bleiben, ich will jetzt weitergehen in Kapitel 6 und ja, es reicht noch nicht, also fünf Kapitel Opfer Opfergesetze reichen Gott noch nicht, er sagt, Moment, ich habe noch ein paar Fußnoten, ich habe noch ein paar Ergänzungen zu den verschiedenen Opfern und wir wollen jetzt nur ein paar Verse lesen, weil ich da etwas gefunden habe, was mich nochmal sehr angesprochen hat in Bezug auf das Ganzopfer, das Brandopfer, auf den Brandopferaltar, wo all diese Opfer dargebracht werden. Da sagt Gott zu Mose, Befiehl Aaron und seinen Söhnen und sage, dies ist das Gesetz des Brandopfers, dieses, das Brandopfer, soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Also wir haben hier ein Opfertier, möglicherweise ein großes Tier, ein Rind, wenn da ein reicher Mann gekommen ist, der sich ein Rind leisten konnte zu opfern, der hat ein ganzes Rind da angeschleppt. So und dieses Rind wurde geschlachtet, wurde getötet und wurde ganz auf den Brandopferaltar gelegt. Und dann wurde es verbrannt. Das ist dann nicht mal in zwei Minuten abgefackelt da. Das hat länger gebraucht, bis das ganz verbrannt war. Und deswegen hier diese zusätzliche Anweisung. Wenn jetzt der Tagesdienst vorbei ist, gibt es auch eine Nachtschicht. Geht weiter mit dem Opfer. Das ist nicht einfach vorbei. Du kannst nicht nach acht Stunden sagen, gut, das war es jetzt. Okay, den Rest müssen wir wegschmeißen oder sonst was. Nee, das Brandopfer soll wirklich ganz verbrannt werden und dafür musste es durchgehend und es sollte nicht irgendwie unterbrochen werden, keine Pause, sondern ganz in einem Vorgang spricht alles von dieser vollkommenen ganzen Hingabe Christi. Und es spricht auch von unserem unserem Auftrag als Diener Gottes, wenn du so willst, als Knechte Gottes, wir haben keinen Acht-Stunden-Tag. Wir können nicht sagen, okay, Jesus, acht Stunden war ich jetzt voll im Einsatz für dich, jetzt ist Pause angesagt, jetzt diene ich mir selbst. Gott ist ja so gnädig, er ist ein guter Herr, er ist ein guter Herr, er hat Pausen doch eingebaut. Die Pausen machen wir nicht ohne ihn, die machen wir auch nicht außerhalb seines Willens, sondern innerhalb seines Willens machen wir die Pause und die machen wir mit ihm und nicht ohne ihn. Es ist ja dieses Denken, okay, nach so und so Stunden Dienst für Jesus, gerade wenn du im Vollzeitdienst stehst, kannst du schnell in diese Versuchung kommen, dass du denkst, okay, ja, ich mache mal so meinen 40 oder 50 Stunden Job oder was weiß ich und dann berechne ich das mal so, ja, und dann ist Feierabend so, ne. Aber wenn ich in der Familie bin, dann diene ich Jesus auch. Dann soll ich Jesus auch dienen. Wenn ich ein Nachbarschaftstreffen mit den Nachbarn mich treffe, was dann Freizeit ist, weil es nicht Gemeindedienst in dem Sinne ist, ist das auch Dienst für Jesus. Und das soll nicht nur Feuer, das müssen wir alle verstehen, das müssen wir alle begreifen. Das möchte Gott, da will Gott uns hinführen, ganz, Tag und Nacht. Gott sei Dank dürfen wir nachts schlafen. Gut, manchmal lässt Gott uns nicht schlafen, aber das ist ein anderes Kapitel. die ganze Nacht bis zum Morgen und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Wir kommen gleich noch weiter, Gott ist da noch extremer. Hier geht es jetzt weiter mit einem anderen Thema, noch eine andere Ergänzung. Der Priester soll sein leinendes Gewand anziehen und soll seine leinenden Beinkleider anziehen über sein Fleisch und er soll die Fettasche abheben, zu der das Feuer das Brandopfer auf dem Altar verzehrt hat und soll sie neben den Altar schütten. Das ist also, wenn das ganze Brandopfer jetzt fertig ist, wenn das wirklich nur noch da diese Asche ist, die eben nicht mehr verbrennt, dann soll er die so in seiner Priesterkleidung, soll er die da runterschaufeln, neben den Altar. Und er soll seine Kleider ausziehen und andere Kleider anlegen und die Fettasche hinaus tragen nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort. Also diese Überreste, diese Asche soll rausgebracht werden aus dem Lager, dafür muss er aber eine andere Kleidung anziehen. Die geweihte, heilige Priesterkleidung muss er dafür ausziehen und muss diesen Dreck nach draußen schaffen. Der Dreck soll nicht da bleiben. Vielleicht kommen wir noch dazu, was das noch vielleicht uns auch zu sagen hat. Ich gehe jetzt erstmal weiter in Vers 5. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke der Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Das ist hier eine ganz wichtige Aussage. Gott sagt, ich will, dass das Feuer des Brandopfers immer brennt. Es soll immer brennen. Immer Holz nachlegen, morgen für morgen. Und darauf soll dann das Brandopfer zugerichtet werden. Und auf dem Brandopfer soll dann das Heilsopfer verbrannt werden, die Fettstücke von diesen freiwilligen Opfern. Ein beständiges Feuer soll es sein. Und das spricht und das macht deutlich, worum es im Brandopferaltar wirklich auch geht. Das lesen wir in zum Beispiel Matthäus 3, Vers 12. Lass uns das mal aufschlagen. Da spricht Johannes der Täufer. Matthäus 3, Vers 12. Und da spricht er über Jesus. Er spricht auf eine Weise, wie wir das eher seltener betrachten. Er spricht von ihm als dem endzeitlichen Richter. Dem König, der kommen wird und Gerechtigkeit auf Erden herstellen wird. Der gerecht richtet. Und dann steht hier in Vers 12, sagt Johannes der Täufer über ihn, seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. So, das spricht von dem Gericht. Wir lesen das jetzt bei Jesus nochmal. Hier ist es ja mehr im Gleichnis gesagt. Jesus sagt es auch gleichnishaft in Markus Kapitel 9. Schlagen wir mal auf. Auch da spricht er über Gericht. Markus Kapitel 9, Vers 43. Wenn deine Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich als Krüppel in das Leben hinein zu gehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen. In das unauslöschliche Feuer. Was ist das unauslöschliche Feuer? Das ist die Hölle. Und wenn dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich lahm in das Leben hinein zu gehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich einäugig in das Reich Gottes hinein zu gehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und da zitiert er Jesaja 66, Vers 24. Das ist natürlich eine Gleichnisrede. Das ist hier nicht wörtlich zu nehmen in dem Sinne, dass mein Auge, wisst ihr, mein Auge verführt mich nicht. Mein Auge guckt nur. Mein Auge guckt sich irgendwas an. Ob ich das, was ich da sehe, ob das mich zur Sünde verführt, das passiert hier drin. Das Auge ist nicht schuld dran. Und außerdem, anstatt das Auge auszureißen, kann ich das Auge auch zumachen. Also das Problem ist nicht das Auge. Wenn ich das Auge ausreiße, weil ich irgendwas gesehen habe, was mich in meinem Herzen zur Begierde gebracht hat, zur bösen Begierde, und ich es dann, wie Jesus sagt, ausreiße, habe ich immer noch das andere Auge. Wenn ich dann mit dem anderen Auge irgendwo hinschaue, dann habe ich gar kein Auge mehr, bin blind. Dann kann ich nicht mehr schauen, dann kann mich mein Auge nicht mehr verführen. Dann bin ich ja, also dann mache ich es doch lieber gleich. Also steche ich mir gleich die Augen aus. Das ist nicht die Logik, darum geht es Jesus nicht. Es geht ihm hier nicht darum, dass wir unsere Augen ausstechen, dass wir unsere Hände abhacken oder unsere Füße abhacken. Aber das ist hier eine krasse Aussage, weil er will uns deutlich machen, du kannst nicht mit der Sünde spielen. Die Sünde hat eine bestimmte Folge und zwar, wir lesen bei Paulus oft, der Sünde soll, der Sündelohn ist der Tod. Aber Jesus sagt eigentlich noch mehr, er sagt, die Sünde bringt dich in die Hölle. Es ist schon ein starkes Stück, dass Jesus sowas sagt, also gerade Jesus sagt sowas. Die Sünde bringt dich in die Hölle. Spiel nicht mit der Sünde. Trenn dich von der Sünde. Wenn da etwas ist, was dich zur Sünde hinzieht, dann sei radikal damit. Töte das. Mach daraus ein Opfer. Hier steht nämlich, jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Da greift Jesus diese Opfer-Terminologie auf, die Worte aus diesen Opfergesetzen. Das Opfer wird ja mit Salz gesalzen, hatten wir auch schon gesehen. Und hier sagt er mit Feuer gesalzen. Er spricht von dem Feuer, was ran muss an unser Leben. Das, was da verbrannt wird, was in dem unauslöschlichen Feuer brennt, ist die Sünde und jeder, der sich an die Sünde gebunden hat. Das wird verbrannt. Es wird, wir können das mal aufschlagen in Offenbarung, und zwar in Offenbarung 19, Vers 20. Da wird uns auch die Hölle gezeigt. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden die ersten, die da in die Hölle geworfen werden, sein, Vers 20. Es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahm und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden getötet. Also hier am Anfang, wenn Jesus wiederkommt und sein Gerechtigkeitsreich aufrichtet, gibt es zwei, die sofort in die Hölle geworfen werden. In diesen Feuersee. Das ist das Tier und der falsche Prophet. Und dann geht es weiter in Kapitel 20, Vers 10. Und dann steht hier, nach den tausend Jahren, dass der Satan nochmal einen richtigen Aufstand macht. Und dann steht in Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Sind. Nach tausend Jahren sind die da immer noch. Und der Teufel wird hineingebracht. Für wen ist die Hölle? Für den Teufel und die Seinen. Die, die ihm gehören. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Los dieser, ja, die letztendlich diejenigen sind, die die Sünde vorantreiben. Die die personifizierte Sünde sind. Und dann steht eben auch noch weiter in Vers 13, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet, und an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Komisch, ne? Der Tod und das Totenreich werden in die Hölle geworfen. Also das Tier, der falsche Prophet, Satan, der Tod, das Totenreich. Ist uns das klar, dass das eigentlich die hauptsächlichen Leute sind, die in die Hölle kommen, oder Dinge sind, die in die Hölle kommen? Das ist das Erste und das Wichtigste. In den alten mittelalterlichen Bildern findest du oft, dass die Dämonen, sozusagen Leute, Seelen in die Hölle schmeißen und sie da quälen. Das machen sie aber nicht. Die werden selber gequält. Der Satan ist selber derjenige, der das Gericht Gottes zu spüren bekommt, weil er den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat, das Blut, das vergossen wurde, mit Füßen getreten hat. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und wisst ihr, am Anfang stehen alle Menschen im Buch des Lebens. Und es geht nur um die Frage, wirst du daraus getilgt oder nicht? Aber wenn du daraus getilgt wirst, und das sagt Jesus auch an einer anderen Stelle, er sagt, fürchte dich nicht vor den Menschen, die können dir nur das Leben nehmen. Dann sagen wir schon, oh ja, du hast gut redet, Jesus, das Leben nehmen, ich habe doch nur eins. Er sagt, du brauchst keine Angst haben vor den Menschen, die können dir höchstens das Leben nehmen, aber sie können nicht deine Seele in die Hölle schmeißen. Fürchte den, der das kann. Damit meint er Gott, nicht den Teufel. Ehrfurcht haben vor Gott, zu wissen, mein Leben, er hat es geschaffen, er hat es gut gemacht, er möchte, dass ich in Liebe verbunden mit ihm gehe. und er hat alles dafür getan, meine Sünde, wo ich mich an die Sünde gehängt habe, mit meiner Begrenztheit, mit meiner Schwachheit, er hat das selbst getragen, er hat das selbst auf sich genommen, Christus hat das auf sich genommen, damit ich da nicht rein muss. Will ich wirklich das Blut Jesu mit Füßen treten und sagen, ist mir egal? Deswegen sagt Jesus, sei radikal, mit den Dingen, die in dir zur Sünde hinziehen. Sei so radikal, wie als wenn dein Auge dich verführt und du es ausreißt. Sei so radikal. Paulus sagt, die, die in Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Das ist auch ein Bild dafür. Radikal sein, mit dem, was in mir ist, die Begierde, ihr Gebühr, wird der Tod in dieses Feuer geworfen zu werden. Und das ist das, was damit auch gemeint ist, Geschwister, wenn wir dieses Brandopfer, dass wir ein Brandopfer sind, da ist auch ein Feuer in unserem Leben. Da ist ein Feuer. Da brennt ein Feuer. Es wird etwas verbrannt in unserem Leben. Lass uns das mal lesen in 1. Petrus. Entschuldigt bitte, ich habe es noch nicht unter Kontrolle mit der Zeit heute irgendwie. 1. Petrus. Sorry, ich versuche irgendwie schnell fertig zu werden jetzt. Aber das muss ich euch noch weitergeben. 1. Petrus. Da sagt Petrus zu den Geschwistern zu uns in Vers 3 von Kapitel 1 gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus dann nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Unser Leben ist wie eine Blume, sagt das Wort Gottes. Es geht auf und verweckt. Aber das, was Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat, ist unverwelklich. Das ist eine ewig blühende Blume. Das ewige Leben, was du empfangen hast, du wirst jetzt, dieser Körper wird zwar verwelken, aber diese ewige Blume, sie hat schon angefangen und sie wird erstrahlen, erblühen in der Ewigkeit. Im Himmel, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Petrus spricht von der Rettung, von dem, was, wenn sich die Rettung vollendet in der Ewigkeit, wenn wir den neuen Leib empfangen haben, wenn wir in der ewigen Herrlichkeit, in der Nähe Gottes sind, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Guck mal, das ist das, was ich meine hier. Petrus spricht von der Läuterung des Goldes, das Feuer, was brennt unter dem Brandopfer, wo alles weggebrannt wird und das ist dann wieder sozusagen ein anderes Bild, das ist nicht ein Opfer, was vollkommen verbrannt wird, sondern das ist Gold, was geläutert wird. Das Feuer ist noch viel heißer als beim Brandopfer und dann setzt sich oben die Schlacke ab und wird abgehoben und das passiert in den Prüfungen, durch die wir hindurchgehen, unser ganzes Leben lang, sei es Verfolgung, sei es Krankheit, sei es Schmerz, Trennungsschmerz, sei es, was wir alles für Leiden erleben in unserem Leben, Geschwister, das sind Prüfungen, Läuterungen, durch die, dass dieser Prozess bewirkt wird in uns, dass wir ihm ähnlich werden, dass wir ganz reines Gold sind, und zwar die Bewährung eures Glaubens. Es geht darum, in all diesen Prüfungen, in diesen Versuchungen, den Glauben zu bewahren, im Glauben zu bleiben, im Vertrauen auf Gott, im Festhalten an seinen Verheißungen, darum geht es. Und je mehr du wächst im Glauben, desto herausfordernder werden die Prüfungen. Ihr könnt jetzt sagen, oh ne Jörg, das will ich nicht hören. Aber das ist so, je näher, irgendwann werden wir alt und klapprig und werden dann ins Sterben gehen. Das wird unsere heftigste Prüfung werden. Und darauf bereitet uns Gott vor, aufs Sterben. Er sagt, deswegen sollst du jetzt schon sterben. Wer um meinet Willen sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wenn du aber versuchst, dein Leben zu gewinnen, dann wirst du es verlieren. Bereite dich jetzt schon aufs Sterben vor. Stirb jetzt schon. Das Feuer, das dient dazu, uns dahin zu bringen, dass wir wirklich loslassen, dass wir unser Leben wirklich ganz in seiner Hand legen. Dass wir ihm vertrauen, eine andere Sache und damit möchte ich abschließen, mit dem Feuer, was immer brennt. Mal ein positives Bild daraus machen. Sprüche 13 Vers 9 heißt es, ähm, nein, das andere ist auch ein positives Bild, das ist nur ein für unser Fleisch, für unser Fleisch nicht so leicht zu verdauern, sagen wir es versorgen. Sprüche 13 Vers 9, das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gottlosen erlischt. Das ist ja auch der Leuchter, der immer im Heiligtum brennt, die ganze Zeit soll er brennen, auch der Brandopferaltar soll immer brennen, das Feuer soll immer brennen und der Gerechte, da brennt es auch fröhlich die ganze Zeit. Ihr kennt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, oder? Sie mussten warten auf die Wiederkunft des Bräutigams, auf die Ankunft des Bräutigams und die ein fünf Jungfrauen waren klug, sie haben vorgebaut, damit ihr Licht weiter leuchtet, damit ihre Flamme weiter brennt, dass es eben nicht erlöscht. Gott will nicht, dass das Feuer erlöscht, es soll weiter brennen. Also sorge ich dafür vor, dass das Feuer weiter brennt, ich besorge mir genug Öl. Öl als Bild des Heiligen Geistes. Ich besorge mir genug Öl, damit das Feuer weiter brennt, strecke mich aus nach seinem Geist, dass ich erfüllt bin vom Geist Gottes. und dann heißt es in Römer 12 Vers 11, dass wir brennend im Geist sein sollen. Seid brennend im Geist. Und ich glaube schon, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat, das Feuer der Liebe. Das Feuer der Liebe, das brennt. Und das schließt sich auch nicht aus, sondern das ergänzt sich eigentlich. Das Feuer der Liebe ist dieses Feuer, was brennt für den heiligen Gott. Das Feuer in mir, das brennt für den heiligen Gott, was brennt für das Gute, brennt für die Liebe und was alles, was dem entgegensteht, wegbrennen will. Das Feuer der Liebe ist ein Feuer, was gegen mein Fleisch gerichtet ist, weil es Gott widersteht. Aber ich liebe Gott und ich möchte, dass, es wird ja gesagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es verzehrt alles, was böse ist, zerstörerisch ist. aber dieses Feuer, das hat er in mich hineingelegt und ich möchte, dass dieses Feuer brennt, ich möchte, das anfachen, möchte, dass es sein Werk tut in mir, möchte, dass das Gericht Gottes alles verbrennt in mir, was sich ihm immer noch entgegensteht. wenn Jesus sagt zu Ephesus, du hast die erste Liebe verlassen, kehrt zurück zur ersten Liebe, dann ist es, ich möchte, dass meine, dass die Flamme seiner Liebe in mir brennt, die Liebe zu Gott, die Liebe zu dem Guten, die Liebe zur Liebe, die Liebe zu, ja, die auch gleichzeitig Hass gegenüber der Sünde ist. Lass uns doch zusammen das Abendmahl so nehmen, als Erinnerung daran, was es Christus gekostet hat, uns zu befreien, uns in diesen Stand zu versetzen, dass wir seine Kinder sind. Und lass uns daran denken, dass er sich ganz hingegeben hat und uns davon inspirieren lassen. Wir nehmen das in uns auf, und es ist so dieser Akt des Essens, des Trinkens, dass wir das in uns aufnehmen, diese Liebe, die Jesus zum Vater hatte, diese Liebe, die Jesus auch zur Welt hatte, dass diese Liebe auch in uns wieder neu so brennt, damit wir nicht am Ende dastehen, als diejenigen, die sagen, oh, wir haben kein Öl mehr, jetzt kommt der Herr. Amen.